But if you close your eyes Oh 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 Also Moin Ich bin der Flimpy Ich hab mir mal gedacht ich mach das einmal mit Kamera und hier diesen wunderschönen Balken Anders sollte ich mal so machen Wunderschönen Kackbalken den ihr mir seht Ähm Ich dachte mir jetzt einfach mal Ich mach das mal mit Kamera und mit Steam Aufnahmen Ach ja übrigens Verdamm Willkommen bei meinem Spiel Auf meinem Let's Play Die neue Bauwerbe Auch vielleicht Was dabei ist So Willkommen bei meinem Projekt Corona Verbrauch Weitere In Paris Anstrengungen Und Anstrengungen Anstrengungen Und Anstrengungen 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 Und Youtube meint so Ähm Schöne Video Aber nicht wirklich mit dem Video Weil Copyright Geschützt War Weil ich nur gut gespielt habe Weil ich nur gut gespielt habe Wo Youtube meinte so So Und meine Aussage war nur so Fuuuck So Nächste Nachricht ist Ihr seht das selber Ein Creeper ist hier heringekommen Es explodiert als sie kurz AFK war Gibt es Leben am Limit Ich sagt euch Leben am Limit Gibt es grausam Also jetzt fehlen mir quasi drei Folgen Die ich gemacht habe Ist aber nicht hologramatisch Weil drei Folgen waren eigentlich Eigentlich nur so großteil Da fahren wir Da fahren wir Und Da fahren wir Keine Ich 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 aber das meinte hier ja, da sind die Zeit über die Spanke also... gut ähm... ich hab die Zerpil jetzt mal eine schöne Verlücksehe und wir können die Lüte die Welt von der Kamera beim Bekerle weil aktuell in der Zerpil ist, dann muss ich doch drüber ja, okay also schon ich hab die Zerpil 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 so wir müssen jetzt aber erstes mal ne Truhe bauen weil mir mein Inventar tierisch auf den Tag geht so, einfach mal damit ich den ganzen krankstinnig aufhören jetzt drauf durch 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 Und die brauchen Steine ansonsten. Und die brauchen Steine ansonsten. So, wir werden uns trotzdem alle nur so mittelmäßig kennen. Genau, und ich habe angefangen hier in der letzten Folge den Reaktor zu bauen. Ich habe auch einen ganz krassen Dispult mit mir selbst in den letzten Folgen gemacht. Aber YouTube war der Meinung, die Folge sind es nicht wert, hochgeladen zu werden. Deswegen haben wir uns nicht gekümmert. Wie ihr merkt, YouTube liegt immer wieder bei der Gange. Das ist aber nicht schlimm. Ich glaube, das ist nicht. So, wir haben heute noch mal den Reaktor. Ich hoffe, da können wir gerne in der Zeit bei den Aufmerksamkeit. Wir brauchen ja nur... Wir brauchen ja nur... Und wie wir sehen, diesen Schritt gerade zum Leben. Aber jetzt ist es interessant. Ich habe das頭 ge nokt geflogen. Ich glaube, das ist eine bisschen schwierig auf den Weg. Aber es ist schon... Wir brauchen ja noch mehr. Wir brauchen eine frische Geschichte. Wir brauchen ja auch noch mehr die Musik. Wir brauchen zwar noch mehr. Aber gut, ich dachte nur so wie es ist, hier wird wohl. Ja, ganz so. Nimm den Teichern, so ein bisschen. Ja, der Hotz ist gleich durch, jetzt kommen die Steichern. Die Waffe nehmen wir schon mal. Na, das war jetzt besonders clever. Ne, 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 ne. Ja, ich hatte drei Blöcke noch zu springen. Ja, das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das fühlt. Nicht hetzen, Leute. Nicht hetzen, Leute. Das braucht ein bisschen länger. Das war's. Das war's. Ich richte immer wieder chia센 기본. Deswegen muss ich noch nicht. ...dass im D-dreizt mit Mr. Beast. ...dass in der Nähe des Drumskaps... ...dass in die Basis zu beenden... ...dass in der Nähe des Drumskaps öffnet. ...die wehreuschein... ...dass im D-d-d-d-d-d, ...dass im D-d-d-d so blödsher... ...dass im D-dnd. In 4. In 4. In 4. da wird es bei der Lüte wo er spielt es auf die kleine Seite da wird es von denen erklärt, warum Nase wuchst du mit ihnen, wenn sie aufschlafen da ist nur ein bisschen so blöd zu führen sieht ihr wie böse ich gucke? Ich gucke ganz böse also nicht weil ich das Kopfhörner habe willst du da bescheid ne? In hand, will you burn me by? I'm happy, I go stop, feels like someone cut out my tongue. I didn't know a heart could die this young, oh, and now when I look in your eyes. Does it feel paralyzed? There was no dial there. 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 Oh, and then the hand three accelerate. Yes, You don't know how much that is. Oh, my God. Oh, That'surate. Das war's für heute. So, ich kann's nicht warten. Ich nehme hier den Schluck des Mutes. Oh, verdammt. Es ist nachts. Leck dich hin, Alter. 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 Ich bin ein bisschen glücklich. Perfektion gut. Gut. Das war's. So, die Hübsch. So, das war's. So, ja, das war's. And then I hang on up and pull you straight, no. So, I hit the ground, and pull you down. Then I start playing. So, I in the background. Oh. So. Perfekt. Jetzt muss nur noch hier eine Band dran. Also hier ist es. Hier vorne kommen die ganzen richtigen Sachen hin. Das ist doch der ME Adapter. Der kommt hier hin. . Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.